Herzlich willkommen vom Trains in World 5 und von der Baureihe 218 von der Lok 461-2 von Ix Rail, der Ix Rail GmbH bzw. Ix Rail Eisenbahngesellschaft GmbH. Und wir werden heute einen Zementzug fahren, der steht auch da hinten. An dem müssen wir allerdings erstmal ankoppeln. Dementsprechend würde ich sagen, steigen wir ein und fahren los. So, wir machen uns erstmal hier das Licht an, weil wir hier kaum was sehen können. Und die Fahrtrichtung nach vorne. Wir sollen nämlich erstmal bis irgendwo da vorne hin rangieren. Wir sehen, der Zwerg zeigt uns schon Fahrt an. Einmal den Bremsschlüssel aktiviert, Instrumentenbeleuchtung aktivieren. Dann die Getriebeleistung an. Dann gucken wir mal, was uns sonst noch so fehlt. Spitzensignale. Ja, passt soweit. Gucken wir mal ganz kurz. Also es ist überall rot. Weiß, weiß, weiß. Okay, das passt soweit. Wobei wir eigentlich rangieren, sodass wir die andere Seite auch weiß haben müssten. Da ist es nicht. Naja gut, lassen wir es eigentlich so. PZB lassen wir noch aus, weil wir hier am Rangieren sind. Und fahren los. So, wir setzen uns in Bewegung. Mit maximal 25 kmh. Leistung wieder runtergenommen. Ich habe gar nicht die Weichen kontrolliert, ob die soweit passen. Aber ich glaube schon. Ja, und hier vorne sollen wir dann anhalten. Also es ist echt dunkel hier auf der Strecke. Können wir das irgendwie noch anpassen? Ah, so ist besser. Da kommt uns schon ein Güterzug entgegen mit einer 143. Und wir können gleich die direkte Bremse nutzen zum Anhalten. Moment, Ziel nicht erfüllt? Wie bitte? Also weil wir 5 Meter drüber hinweg gefahren sind. Also das ist aber sehr kleinlich. Okay, jetzt müssen wir in die Fahrtrichtung wechseln. Weil wir nämlich hinten ankuppeln sollen an die anderen Wagen. Nämlich einmal hier hinten. Ich glaube die Weichen stellen sich automatisch. Ja. Und ja, ja. Das passt soweit hier in Böhle. Wir sind übrigens auf der Strecke Rosig Nord. Falls ich es nicht erwähnt haben sollte. So. Wir schauen aus dem Führerstandsfenster. Und kontaktieren erstmal das Stellwerk. Und dürfen fahren. Auch wenn ich nicht weiß, was dieses Signal hier heißen soll. Aber naja. Das sind halt die alten TSW-Strecken. Da darf man nicht so genau drauf gucken. In Realität würden wir natürlich den Führerstand wechseln. Das ist ganz klar. So, das hier ist unser Zug. Die Zementwagen. Ich kann schon mal ganz langsam reinbremsen. So. 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 wir rollen mit 2 kmh übrigens repaint hier aus dem creators club x rail sehr schönes repaint schön viel viele details so muss das so dann stellen wir uns mal hier auf die rangierer positionen auf diesen rangierer tritt und rollen langsam ran baurei 218 übrigens von tsg von trains in germany deren neuestes lockt dlc und bald kommt ja die mittenwaldbahn raus auch von tsg so ganz langsam ran ja also eigentlich also wir können jetzt theoretisch kuppeln aber wir sehen das ist eigentlich noch nicht nah genug dran so so jetzt okay fahrt richtung und vorwärts stellung pzb an allerdings müssen wir mal die zugart noch wechseln wenn ich jetzt nur wüsste wo das gut wo das genau gemacht wird das ist das schon mal nicht können wir die zugart wechseln nein moment wenn wir nicht losfahren also vielleicht sollten wir erst mal unseren zug sichern also hier ist es definitiv nicht so das ist die motorgruppe wo können wir noch mal die zugart wechseln ist das im anderen führerstand und vielleicht ist der schalter im anderen führerstand oder ist das irgendwo hier unten nee hier auch nicht hier auch nicht können wir den nee das können wir auch nicht öffnen gut wir gehen mal in den anderen führerstand rein achso ach wir können ja gar nicht durch den maschinenraum durch oder was doch irgendwo hier nee sieht aber für mich nicht danach aus können wir ja das geht nicht na gut wechseln wir einmal kurz den führerstand und gucken ob wir hier tatsächlich die pzb umstellen können pzb modus geben wir mal in pzb modus m brems modus r ist aber auch nicht so ganz richtig ne ich glaube g wäre in diesem fall angemessen ok hier müssen wir noch die lichter ausmachen hier nicht aus aus und aus ja das hat geklappt dann noch einmal die sonnenblende runter und tür zu wir kontrollieren einmal ob die zug schlusstafel hinten dran ist na keine zug schlusstafel können wir die manuell setzen ich glaube nicht schade ok ja das sind übrigens die wagen mit dem wir fahren die uacns wagen ok wir setzen uns hin pzb modus mittlere zugart ist aktiv signal steht auf fahrt direkte bremse lösen und auf geht's sehr schön ausfahrt mit 40 kmh so führerraumbeleuchtung aus und wir können uns auch befreien mittlerer zugart ganz wichtig das heißt also bei der pzb prüfgeschwindigkeit müssen wir auf 70 runter und nicht auf 85 kmh signaltechnisch scheint alles zu passen ich bin mir nicht sicher ob wir je schon mal zusammen diese wagen gefahren sind die uacns wagen die waren ja dabei damals mit dem v60 dlc mit der baureihe 363 die es für ja rosig nord warst die damals damit geliefert worden sind ich denke mal unsere höchstgeschwindigkeit heute wird 80 km 100 kmh sein ich glaube wir bleiben bei den 100 kmh und fahren in richtung finnentrop tatsächlich bin ich vor ganz ganz kurzem erst auf dieser strecke selbst unterwegs gewesen also allerdings bei schnee und nicht bei diesem ja doch vergleichsweise ganz freundlichen wetter dort stand unter anderem ich glaube in sieben genau in sieben stand dort die presenstalbahn 155 rum habe ich glaube ich tatsächlich das erste mal selbst im echten lieben gesehen die blaue 155 und ich muss sagen das sieht schon sehr 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 gut aus also das farbkleid in realität echt schön gemacht generell dieses blau von der presenstalbahn ist eine sehr sehr schöne farbe aber auch hier unser x rail fahrzeug die 2018 sieht auch schon sehr gut aus also da kann man sich nicht beschweren wir müssen mit den fahrstufen sind wir jetzt auf stufe 15 das ist auch die höchste stufe genau genau und müssen gucken dass wir so ein bisschen den berg auf hoch kommen ich frage mich gerade ob wir so ein bisschen das ganze etwas heller machen können das könnte die blumen intensity sein da bin ich mir nicht ganz sicher ja ja das ist es auch nicht nee wobei das könnte aber auch hier bei den umgebungs variablen sein und dann die skylight intensität intensität ja okay ja okay das ist es aber dann machen wir sie mal ein bisschen runter bei 1,3 vielleicht ja ja das sieht doch sehr viel schöner aus gott mode sei dank ja 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 so richtig viel schneller werden wir jetzt nicht als die 84 kmh wir sind aber auch hier gerade ein bisschen bergauf unterwegs und eine 218 hat jetzt nicht sehr viel power also das ist jetzt keine keine ludmüller das ist keine zu 34 wir sehen auch hier die größte zulässige geschwindigkeit im langsamen gang sind 100 kmh im schnellgang sind 140 ich hoffe wir haben den langsamen gang eingestellt und wir sehen auch ja okay nee da ich dachte kurz da wo es orange geleuchtet hat dass das zu dem vorsignal hier gehört aber das ist nicht der fall haben wir überhaupt den schnellgang eingestellt wenn ich jetzt nur wüsste wo wir den nochmal umstellen ich meine im train simulator ist das hier hinter diesem geräteschrank aber das ist vermutlich auch nicht ganz realistisch ich guck mal ob ich das finde die scheibenwischer ups wie vielleicht doch hier hinten gangwahl ja okay gut das passt soweit dann sind wir im schnellgang im mehrfach traktionsschalter können wir eigentlich auch auf ausstellen aber naja egal ach rosig nord immer wieder doch eine strecke die unfassbar schön ist zu fahren also gerade wenn man hier so ein bisschen mit dem mods noch rumspielen kann und der beleuchtung und so dann sieht das ganze doch echt schön aus ja wir fahren einen zementzug hier in richtung siegen unfassbar viel industrie also wirklich echt hier ist eine industrie nach der nächsten realität und auch im tsv ganz gut abgebildet allerdings auch nicht in gänze so 90 km h die gleich erlaubt sind hinter der kurve oder vor der kurve genau die gelten ab hier 90 haben auf dem tacho perfekt machen wir hier mal ein foto dann haben wir das nämlich auch für heute erledigt ich habe das gefühl dass ich genau an dieser stelle schon mal irgendwie ans thumbnail gemacht habe kann das sein so bisschen die beleuchtung noch hoch helligkeit ein bisschen hoch so als working a charm ja bleiben bleiben wir bei der seite so schön eine v60 da auch noch ein paar wagen abgestellt genauso muss das sein ich finde russig nord ist von diesen alten tsv strecken also wirklich von diesen ganz alten tsv strecken immer noch die beste die wir haben also so szenerie technisch ist es so unfassbar gut nach wie vor klar es hält natürlich nicht mit mit frankfurt fulda und so weiter aber für das alter ist diese strecke noch so gut spielbar hat sich so gut gehalten ja schon eine signalbrücke wusste gar nicht dass wir signalbrücken im spiel haben sie waren sie kommen sie sind sie ist die oder Wir dürfen wieder 100 kmh fahren. Sehr schön, 143 kmh kommt hier vorbei mit Dostos. Und wir sind gerade vorbeigefahren an Lett-Mate. Oder Lett-Mate, ich weiß es nicht. Lett-Mate. So, wir haben fast die 100 kmh erreicht. Ja, unsere Lok müht sich da aber auch einen ab. Ich könnte mir bei Rosig-Nord echt gut vorstellen, dass die Strecke auch noch mal irgendwann... ...auf das neue Belichtungssystem von TSW 4 bzw. 5 kommt. Beziehungsweise, ich fände es eigentlich total schön, wenn vielleicht als neues Strecken-DLC... ...die bestehende Rosig-Nordstrecke kommt und dazu dann noch die Verlängerung nach Siegen. Und das dann praktisch als neue Strecke verkauft wird. Das fände ich super cool. So, 80 kmh. Gut, keine Beeinflussung. Das ist gut zu sehen. So, Bremse lösen. Da wir in Bremsart G fahren, dauert es relativ lange, bis die Bremsen lösen. Daher müssen wir da ein bisschen vorausschauender fahren und bremsen. Genau. Die sind alle gelöst. Wir sehen, der Bremszylinder ist leer. Und gehen jetzt mal auf die 80 kmh hoch. Oh, der Sound der 2.18 so schön. Ja, es geht ordentlich bergauf. Wir werden kaum schneller. Und ab in den Tunnel. Ab in den Tunnel. So, machen wir das Licht hier an. Ne, das war falsch. Hier ist das Licht. Schön, so eine sehr gemütliche Beleuchtung, ne? So ein schön warmes Licht. Gefällt mir sehr. So. 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 Hier zu wohnen wäre es auch krass, oder? Hier. Mit so einem schönen Balkon. Direkt an der Strecke. Herrlich. Und hier fahren ja in Realität, ähm, fährt ja doch schon einiges an Zugverkehr auf der Strecke. Ähm, Regionalzüge gar nicht mal so viel. Nur. Also hier fährt unter anderem, ähm, fährt hier der Flirt 3XL. Und, ähm, der Flirt der ersten Generation auch. Ist hier auf der Strecke unterwegs. Und, ähm, fernverkehrstechnisch glaube ich sonst nur der IC2, der auch als Regionalzug hier fährt. Und ansonsten ist das aber eine vergleichsweise stark von Güterzügen dominierte Strecke. Einfach weil hier so viel Industrie ist. So, wir müssen gar nicht bremsen, weil es eh bergauf geht. Ja, vielleicht doch ein bisschen. Nimm mal die dynamische Bremse rein. So, lösen. Und wieder ein bisschen Leistung aufschalten. Da kommt der Kollege im Güterzug, ne? Speaking of Güterzüge. Der Fluss wird bestimmt die Lände gewesen sein, oder? Und ein bisschen Leistung können wir wieder aufschalten. Machen wir wieder das Führerraumlicht an. Und wieder aus. Und das müsste Altena sein. Denn, ja, genau da hinten ist die Burg Altena. Und hier einmal durch den Bahnhof durch. Die Burg und Radstadt Altena. Hier vorne ist dann so ein relativ großer Bahnübergang. Oder nicht? Na doch nicht. Genau, aber da links die Burg Altena. Sehr schöne Burg übrigens. Kann man sehr gerne mal besichtigen. Und hoch auf die 80 kmh. Was macht das GSM-R hier eigentlich? Ist das in irgendeiner Form bedienbar? Nein. Okay. Noch 24 km bis Finnentrop. Und wenn man dann weiter in die Richtung fahren würde, wird es dann halt Richtung Siegen gehen. Aber wir haben halt leider den Streckenabschnitt nicht. Und auf in den nächsten Tunnel. Schalten uns schon mal die Führerraumbeleuchtung an. Ist das Fenster jetzt auf oder zu? Na jetzt ist es zu. Okay. Aber wir haben gar nicht so was wie so eine Art Fernlicht. Hoch. Ja. Hoch. Ja. So 80 kmh sind erreicht. Wir nehmen die Leistung ein bisschen zurück. Aber auch nicht so sehr weil es sowieso bergauf geht. Wir wollen ungefähr die Geschwindigkeit halten. Wir wollen ungefähr die Geschwindigkeit halten. da ist das Kohlekraftwerk von… oh hallo. Das Kohlekraftwerk von… ähm… Da ist das noch gleich Hagen-Elver-Lingsen. Hier vorne ist praktisch der Gleisanschluss. Und vielleicht erinnert ihr euch, wir sind mal vor Jahren, das ist jetzt schon sehr 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 lange her, sind wir mal hier mit einer 185 reingefahren. in diesem Bereich hier, wie in Realität auch mit einer 185, die den Zug praktisch hier reinschiebt. War ein Szenario von guten Tom Fresco. Also… ja lange her. Aber es war ein sehr sehr schönes Szenario. Ich glaube das Kohlekraftwerk müsste mittlerweile auch abgeschaltet sein. Glaube ich, aber ich bin mir da nicht ganz sicher. Ich hoffe es zumindest. So, dann mal hoch auf die 90 kmh. Wir können eigentlich wieder ein bisschen, weil es dunkler geworden ist, die Skylight-Intensität noch ein bisschen umstellen. Ja. So ist besser. So, da hat die PZB gegriffen. So. Jetzt haben wir glaube ich wieder ein bisschen sehr stark rein gebremst. Ah, komm Bremszylinder, entleer dich. Na komm schon. Ja, fast bei Nullbar angekommen. So, jetzt können wir wieder ein bisschen Leistung aufschalten. Ab hier gelten die 70 und wir befreien uns von der Beeinflussung. So. 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 такое cafeingangletz. Ich weiß noch wie zwar. Das ist damals für diesen besagten grüt 這個 Zucht mit der 185 hierhin gefahren, dann haben wir die lockung bis hinten 자� temen die andere Richtung wieder zurück gefahren. hier in verdol jetzt dürfen wir 100 km fahren auch ein schönes örtchen oder also man hier mal so guckt wie sich das hier so schön den hang hoch gebaut hat toll ein kleiner tunnel wir grüßen einmal den kollegen der 155 so 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 schön auch ein schön langer zug hat schon ordentlich länge hier so 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 ich musste mich eben kurz stumm schalten um einmal meine nase zu putzen auch hier eine sehr schöne stelle wo wir aus dem tunnel raus kommen direkt über dem wasser guter gute alte grüne brücke man kennt es so 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 Andere Seite selbstverständlich auch. Sonderblende funktioniert auch. Und die Türen sowieso. Das ist klar. Ich kann mir noch unsere Jacke hinhängen. Auch sehr schön. Oh, wir sind zu schnell. Wir wollen ja nicht schneller als 100 kmh fahren. So, jetzt wieder ein bisschen Leistung aufschalten, um die Geschwindigkeit zu halten. So, wir fahren 95 kmh. Das ist sehr gut. Und das nächste Signal zeigt uns Fahrt an. 80 kmh zu erwarten. Bestätigen wir natürlich sehr gut. Keine Beeinflussung. So. Vorbei am nächsten Halterpunkt. Und der da ist und heißt Plattenberg. Ab hier gelten die 80. Und, wie weit ist es jetzt auch nicht mehr bis Findrup. Da sind noch ein paar Wagen abgestellt. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Können wir auf die Karte gucken, das ist auch nicht mehr allzu weit und haben schon ordentlich Weg hinter uns zurückgelegt Hier vorne, das ist Hagen Und hier, das ist dann der Bahnhof von Finnentrop Und wir halten hier vorne Und hier vorne, das ist dann der Bahnhof von Finnentrop Können auch hier mal angucken Volt und Ampere Anzeige Die ist auch tatsächlich interaktiv Also wenn ich jetzt Leistung abschalte, dann sehen wir, wie die Nadeln auch ganz leicht runtergehen Oder auch nicht Aber wir sehen hier die Umdrehung pro Minute Das ist die Kühlwassertemperatur Das ist die Getriebeöltemperatur Motoröltemperatur Und Kühlwasserstand So, 70 kmh Wir sind aber sowieso schon unter den 70 Also gar kein Problem Müssen wir gucken, dass wir nicht auf über 70 kommen Sonst gibt es eine Zwangsbremsung Das ist die Kühlwassertemperatur 1000 Hz bei Entflüssung ist aus Und dann können wir uns auch eigentlich befreien Ich gucke mal, was auf dem nächsten Signal steht, bevor wir das tun Ab hier gelten die 70 Ja, das nächste Signal zeigt auch freie Fahrt Dann passt das ja Ab hier gelten dann wieder 80 Natürlich nur, wenn unser Zug komplett drin vorbeigefahren ist Das dürfte jetzt jeden Augenblick der Fall sein Ja, wir sind jetzt schon ein bisschen zu schnell Aber ja, so Da sehe ich schon ein Gegenzug Eine Baureihe 143 Können wir mal kurz einmal grüßen So, kleinen Lichtgruß gegeben Und ab hier dürfen wir auch wieder 100 kmh fahren Schön viel Holzindustrie hier in der Gegend Wir haben es gerade gesehen So, positionieren wir uns einmal hier nach unten hin Um mal ein bisschen zu Trainspotten Richtig schön hier, wir haben es gerade gesehen Mit fast durchgehend 60 fps hier auf der Strecke Und dann sehen wir schon, in drei Kilometern dürfen wir dann nur noch 50 kmh fahren Also ich finde es übrigens vollkommen legitim hier rein zu gucken Weil in Realität hätten wir auch einen Ebola-Fahrplan Den haben wir ja nicht, aber wir haben ja dafür hier unseren Streckenmonitor Und ich finde Das ist dann kein Cheaten in diesem Sinne Wenn man dann halt eben schon vorher weiß Welche Geschwindigkeiten einen erwarten Okay, welche Signale einen erwarten Ist vielleicht dann schon eher so Ja Ne, aber Ich finde zumindest mit den Geschwindigkeiten ist das erstmal vollkommen fein Apropos Geschwindigkeit Wir müssen jetzt mal runterbremsen Weil wir sonst gleich eine Zwangsbremsung bekommen So Runter auf unter 70 kmh Das ist jetzt geschafft Und dann gleich auch auf unter 50 Wir können jetzt schon mal lösen Es dauert nämlich noch eine ganze Zeit Bis die Bremse dann tatsächlich ausgelöst ist So Jetzt haben wir auch die 50 schon erreicht Und wir sehen Bremszylinder ist jetzt bei 0 Hier nochmal der Vorsignal wieder Oder Und hier vorne noch einer Wird natürlich auch bestätigt Und ab hier gelten die 50 Und da vorne haben wir dann auch schon Enthalt zu erwarten Leistung komplett abgeschaltet Kann eigentlich nur noch rollen lassen Verbrauchen dann nicht so viel Diesel Das wollen wir ja nicht Ist ja schlecht für die Umwelt So, dann haben wir halt zu erwarten Mit verkürztem Bremsweg Können schon mal die dynamische Bremse voll reinnehmen Die wirkt natürlich bei diesen niedrigen Geschwindigkeiten nicht mehr ganz so stark Ist eigentlich kaum spürbar Jetzt ziehen wir schon mal die Bremsen minimal an Vollbremsen wollte ich jetzt nicht haben Okay Das war Unvorteilhaft So früh abzubremsen Moment, erstmal mal kurz warten bis die Bremse löst Weil wir müssen noch definitiv ein bisschen weiter fahren Aber wir gucken uns gleich nochmal eben das Stellwerk von Fintrop hier an Haben wir schon lange nicht mehr gemacht Jetzt wo wir hier sind Gucken wir uns das gleich natürlich auch an So, löst dich Bremse Ja, fast So Ich weiß, wir fahren jetzt gegen ein Haltzeigen das Signal an Aber wir tun mal so Als hätte hier oben jemand den Daumen hoch gemacht und uns das erlaubt Das hier ist dann unser Signal Vor dem wir hier stehen bleiben müssen So Wir machen uns wieder bremsbereit Schon mal die Hand am früherer Bremshebel Und rein gebremst So Hervorragend Dann haben wir das geschafft Und dann gehen wir mal zum freien Spiel zurück Steigen hier einmal aus Hier Und können einmal hier noch hoch Ist eine Mastery Challenge Wenn man die Mastery für Osig Nord erfüllt Dann kann man hier tatsächlich hoch Und sieht Man ist hier in einem Stellwerk Das auch super cool aussieht Wir haben uns das schon mal zusammen angeguckt Auch schon sehr lange her Aber Ja Also sehr viele kleine Details Die hier verbaut worden sind Sieht doch sehr, sehr cool aus Gut Mit Blick auf unsere 2.18 vom Stellwerk aus Verabschiede ich mich von euch Ich bedanke mich fürs Zuschauen Wir sehen uns beim nächsten Mal Macht's gut Tschüss Und Auf Wiedersehen Und Wie Hey Oh Wie 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 Die Die